Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Need for Speed 15 Shift 2. So, die ist das Wochenende bei mir. Das heißt, ich kann jetzt endlich weiter zocken und habe keine Ahnung, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das nenne ich doch mal gut vorbereitet. So, wo waren wir denn hier? What an B? Hier, glaube ich. Was haben wir? Was haben wir nicht? So, hier waren wir, hier waren wir. Hier waren wir nicht. Tokio. So, welche Kiste haben wir denn? Ach, den R8. Schön. Da ist das grüne Licht. Komm schon, kommt! Und nicht mal eine Kurve. Ich fasse mal dagegen voran. Oh Gott. Auf, Stingel. Und das machen wir nochmal. Es ist grüner Licht. Los, los, los. Der Schneider. Schön wieder. Ganzen wir ein bisschen an den Nachforren jetzt, ne? Der Schneider hat sich um nicht so hart. Und eh? So, der Schneider hat sich um mich schon ab. Aber! Schon wieder. Das ist wahrscheinlich noch nie los. Was ist hier kühlt auf der Fahrbahn? Was ist hier kühlt? 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 Wir haben gewonnen, ja! So, Suzuka, wie es aussieht bei Nacht. Toll! Versuch sofort einen Platz zu halten. Lass keinen vorbei. Wie sagt ihr denn Standort? Gut! Ah ja, genau. Jetzt geholt mich doch alle noch. Ach so! Wenn man die Gleitplanke donnert, das zählt als Abkürzung. Wenn man hier aber irgendwie die Kurven schneidet und sonst grün fährt, das zählt nicht als Abkürzung. Na gut zu wissen! Ach, scheiße! Der Oli ist echt schlecht. Ich dachte, er ist gut, aber ist er nicht. Ich höre jetzt nicht echt miserabel. Ich höre jetzt nicht echt miserabel. Er schlingert noch so komisch nach. Also erstmal, man lenkt in die Richtung. Dann braucht er so eine halbe Sekunde, bis er reagiert. Und wenn man dann die Lenkung loslässt. Dann zieht er noch so eine halbe Sekunde nach. Und er... Und ich spürt ein Heck aus wie Sau. und ich spürt ein Neugrater. Wo wurde das regnet? Er座te das Regn翘ė in einem Tankjeren nicht? Wie wpassen! Objetiger? Und ich spür! Objetiger. Er Idioten. Supergrafat, du bist auf den Boden geraten. Supergrafat, du bist auf den Boden geraten. Ah, auch ich lerne was bei diesem Let's Play dazu. Nicht viel, aber etwas. Versuch sofort einen Platz zu halten. Lass keinen vorbei. Ich sag dir den Start an. Ich sag dir den Start an. Ich sag dir die Hüpfer hier. Ich sag dir auch noch gleich mal Hüpfer. Ich sag dir das mal so eine fiese Bowling-Belle. Ich sag dir die Hüpfer hier. Obwohl er noch in die Richtung ausbricht. Dann sogar steuert er sofort in die andere Richtung. Ein ganzer furchtbar gekostet. Ein ganzer furchtbar. Ich sag dir die Hüpfer hier. 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 Das kann ich nochmal machen. Okay Mann, konzentrier dich auf die Lichter. Und das ist das grüne Licht. Komm schon, kommt! Untertitelung des ZDF, 2020 Was war das denn? Ich gehe bei einem Schonenbettel. Genau bei diesem E-Wacken, wo man nach links auf diese andere Strasse abgeht. Ich erinnere mich genau. Oh! 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 Wir haben gewonnen, ja! Achso, Miami-Latergrad. Grün, da ist das grüne Licht, kommt schon, kommt! Achso, Miami-Latergrad. Achso, Miami-Latergrad. Achso, Miami-Latergrad. Achso, Miami-Latergrad. Achso,ㅋ Achso,- Achso,iiii- Achso, Ashley-Later! Achso, achso! Achso, achso, Achso! Achso- Achso, Achso, Achso! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020